Oh la la, heute bedient sich Madame Macron aber wieder mal eines ganz besonderen Exemplares aus ihrem Kleiderschrank voller Designer. Kurz, eng und apart, so müssen sie sein, die Etui-Kleider der Präsidentengattin. Dazu der blonde Signature-Bob, schwindelerregend hohe Heels und voila, fertig ist er, der perfekte Look à la Brigitte Macron. Mit eben diesem Aufzug geht es für die 67-Jährige jetzt an der Seite ihres Gatten Emmanuel auf eine Rede für die französischen Streitkräfte in Paris. Wie ihr euch vermutlich schon denken könnt, liegen dabei alle Augen auf der attraktiven Prémier-Dame. In ihrem königsblauen Dress beweist sie nicht nur aristokratischen Charme, sondern zeigt auch ihren schlanken, sonnengeküßten Körper. Vor allem ihre durchtrainierten Beine erweisen sich als unwiderstehlicher Blickfang par excellence. Mamma mia, mit diesem Körper könnte Brigitte Glad als 20-Jährige durchgehen. Auch in Sachen Coolness steht die Präsidentengattin ihren jüngeren Kolleginnen in nichts nach. Mit dunkler Pilotenbrille und betont nonchalantem Blick kann ihr scheinbar niemand etwas anhaben. Nur im Gespräch mit ihrem Gatten scheint sie ihre Kontenance für einen kurzen Augenblick zu verlieren. Irgendwas scheint Emmanuel wohl gesagt oder getan zu haben, das Brigitte unheimlich witzig findet. Sie muss herzhaft lachen und kann sich kaum zusammenreißen. Was für eine amüsante Szene. Ach ja, die Prémier-Dame ist eben auch nur ein Mensch.